Ja Leute, als ich ja gestern dieses Video gemacht habe, in dem ich gesagt habe, voll chillig irgendwie an der Straße zu sein, muss ich jetzt an eine Sache tatsächlich denken. Wie ist es eigentlich für die Leute, die in einer Großstadt wohnen, und zwar direkt an einer befahrenen Straße, es muss doch voll nervig sein, wenn man die ganze Zeit so hört, so... Ich weiß es nicht, also manchmal ist es chillig, manchmal aber auch nicht. Es kommt auch immer drauf an, finde ich. Aber wie ist es eigentlich für die, die eigentlich so, ja, in diesem, wie nennt man das, in so einem Haus direkt an der Straße wohnen, und dann lüften, hört man doch die ganze Zeit. Und die Luft ist auch nicht gerade frisch, die man da reinlässt, sondern eher von stinkendem Abgas vom Auto. Ich weiß es nicht, ich kann zum Glück sagen, dass ich in einer Kleinstadt wohne, und sehr wenige Autos fahren, weil es auch dörflich angegrenzt ist, und die Luft, die da reinkommt, ist viel frischer, als die, die man auf der Straße hat, und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020